also meine freunde wie schon gesagt habe kommt jetzt noch ein bisschen weiteres gameplay hier in sachen haus wolken denn wir haben hier noch ein paar sachen offen denn hier konnte man runter habe ich etwas dezent ignoriert aber nichtsdestotrotz fehlt uns das hier noch in unserer run daher machen wir das mal auf die konnte art und weise ein wunder dass sonst der nicht getroffen hat auch gott mehr oder Hm. So. Da ist der Typ Ich werde immer zuerst die Dächer auskundschaften. Also das zeige ich euch wie es ist. So. Eins. Zwei. Drei. Da hin müssen wir noch. Du Drecksack. Du lebst doch nicht, meine Arme. Sag nicht meine... Ich komme gleich wieder. So. Jetzt bin ich wieder da. Ich gucke nochmal ob die Aufnahme wirklich läuft. Es steht zwar ein roter Punkt, aber ich traue dem Braten nie. So. Oh. Mhm. Ach, da ist sie. So. 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 What. Now. So. 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 Nah. Okay. Hallo? Äh, haben wir. Hier. Ja, das, das zündet. Oh Gott. Das zündet. Ja. Oh. Dankeschön. 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 Mhm. Dem kann ich einen Backstep geben. Oh. 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 Scheiße, wa? Ja. Ich höre die ganze Zeit so eine Scheiße. Mhm. Siegel des Erdenbaums nehmen wir ganz gerne mit. Und seht ihr, ohne das wäre es halt nicht komplett gewesen. Danke. Oh, ja, ja, ja. Ich weiß, was das ist. Oh, ne. Da müssen wir einen beherzten Sprung machen. Oh, scheiße. Aua. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Ja. Ja. Äh. Wow. Zum Glück gibt's denen jetzt nicht mehr hier. Kennt ihr das, äh, Gebiet da oben noch? Wir sind da runtergejumped, ne? Also ihr, ich hoffe ihr kennt's. Ja. Ja, ne, oder? Äh. Ist hier noch was? Nö. Sorry, Topf. Aber nein. So. Also dieser Sprung ist gottlos, ne? Wenn du da nicht perfekt springst, äh. Dann, äh, kommst du auch nicht da hin. Dann, äh, kommst du auch nicht da hin. Bop da. Ah, wie oft muss ich den Sprung jetzt noch versuchen. Äh, ist das dumm. Weil ich nehm zum Glück kein Fall-Damage, aber trotzdem. Das ist, das ist einfach gottlos. Ja. Ja, wir haben's geschafft. Steinschwertschlüssel. Es. Und ich kann jeden Steinschwertschlüssel brauchen. In dem Run. Dass ich so wenig wie möglich im nächsten Run machen muss. Noch. Aha. Jetzt können wir weitergehen. Ich wollte euch ja mal zeigen, dass das geht nicht. Dass es heißt, das funktioniert nicht. Man muss sicher von einer anderen Stelle dorthin. Nein. Gib nur diesen einen Weg. So. Wir nehmen jetzt das da. Hier wartet noch ne Jungfer auf uns. Was? Hat die sich gerade nicht bewegt? Wow. Ging das lange? Wow. Propos Medaillon. Wie gesagt, wir müssten jetzt den nicht besiegen, aber... Wie? Ähm. ... ... So? Oh wow Zum Glück war das die letzte Jungfer hier Auf der ersten Ach du bist es Schmiedestein 4 Hier kommen wir nur rüber also rein wenn wir hier drum rum gehen Das sind Jetzt die wohl ekligsten Gegner Die sind nicht schwer Absolut nicht One shot Aber die rufen halt alles zu Hilfe Wir werden das an einer Stelle noch beobachten können Und zwar Im Eisgebiet Das wird richtig räudig Sorry breh An der Stelle Die ist dafür richtig schnell Ja Mach Platz Guter Junge Oh Hier Anders Die Wir Die 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 Oder nach unten, je nachdem. Äh, war das hier? Ja. Dankeschön. Ich glaube, man könnte auch hier runter springen. Also, und der Witz ist, ihr könnt sogar, glaube ich, hier runter. Ja, ja, ihr könnt hier runter. Und dahinter sieht es so aus, als würde es was geben. Ist aber nicht der Fall. Wir gucken uns trotzdem um. Und ich glaube, hier kann man hoch kurz. Weil, das ist einer der, ähm... Dunkelschmiedsteine, die man braucht, wie das Beil. Um es auf 10 zu bekommen. Im Speedrun. Und droppen die Schmetterlinge. Okay. So, oben kommen wir her. Hier oben hat es noch einen Schmiedestein. Ja, man würde äußerst viel verpassen, Freunde, wenn wir hier nicht einfach zurückgehen würden. Ja, man könnte jetzt auch noch auf der anderen Seite durch. Da, wo wir gesagt haben, dass wir runter können. Da würde man eben auf den alternativen Boss gehen. Und das ist eben der Fahrstuhl, um da runter zu kommen. Und da hinten wären wir dann, ne... Beim Magma Lindwurm. Hier können wir zum Glück durchrennen. Weil ich das hier schon gemacht hab. Okay. Anfänger. So. Wollte ihm richtig eins über die ome Zwiebeln, aber... Naja. Gut. Und normalerweise müssen wir jetzt wieder das Ganze hier machen. Aber... Da ich hier eher einfach... Hier lang kann... Und ich muss das eh wieder runterstellen. Und wir müssen nochmal da unten lang. Denn ich hab mit euch eine Sache nicht gemacht. Nein. Und das wird jetzt auch wieder ein bisschen grauslicher. Und zwar hier lang. Und zwar hier lang. War das hier? Ah ne. Da kommt man wieder hoch. Und zwar hier. Moment. Hier ums Eck. Links. Denn ja, hier kommt man noch weiter. Und nur für eine Scheiße... Müsstet ihr hier lang. Oh Gott. Nee. Arschloch. Fan-Kämpfer haben hier klar gewonnen. Hallo. So. 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 Dankeschön. Dunkelschmiedestein 6. Und dafür... Muss man sich mit denen hier anlegen. Also meiner Ansicht nach... Lohnt es sich nicht. Aber... Wir haben es jetzt vollständigkeitshalber mal... Erledigt. Und jetzt haben wir nur noch eine Stage, die wir nicht gemacht haben. Schande über mein Haupt. Ähm. Denn ich habe etwas... Beträchtliches vergessen. Und zwar folgendes. Oh. Ja. Ein Schwert würde ich ganz gerne haben. Aber das kriege ich natürlich nicht. Das ist ein Red Drop. Ich kann dich gar nicht liegen lassen. Denn wir haben dich schon beim ersten Mal auseinander gepflügt. Hey, weißt du was? Schade. Denn ich habe jetzt gar keinen Bock auf euch. Denn ich bin fast durch. Oh. Oh wow. 100% Vergiftung. Hey. Könntest du mal aufhören? Wie oft kann ich jetzt die Aristokraten-Kleidung ändern? Ein bisschen zu oft. Naja, aber gut, das Normales gibt es nicht Toxin. Oder beispielsweise, wie es hier heißt, Scharlachfeule. So, und jetzt hier. Wir sind ja da runter, aber wir müssen hier runter. Tada. So, du kleiner Wicht. Danke. Danke. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und kriegen den Deucht, heißt man. Und das war ganz Haus Wolken. Soweit. Bis dato. Später kommen wir erst halt wieder dahin, weil uns halt noch das Eisgebiet fehlt. Aber so weit, so gut. Wir sind durch. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal, ähm. hier nach Landl, aber das machen wir im nächsten Part. Weil das ist wieder ein anderes Video, Freunde. Da werde ich wahrscheinlich nicht 100% machen, weil da mache ich einfach das, was ich gerade noch weiß aus dem Kopf. Wenn das alles ist, dann okay. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich genau alles im Kopf habe. Ja. Und der Hauptstadt. Von daher, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns. Todeloo. Bis nachани South.